Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu dieser Anime-Review. Wie ihr bereits hier seht, heute geht es um Strike Witchers, der ersten Staffel von 2008, welche durch Animon Publishing veröffentlicht wurde. Wie ich diesen Titel gefunden habe, was ich zu kritisieren habe und mehr erfahrt ihr jetzt. Die Welt von Strike Witchers, welche im Jahr 1939 spielt, wird von einer mysteriösen Lebensform namens Neuroi bedroht. Hier liegt die Hoffnung der Menschheit auf den jungen Mädchen mit magischen Fähigkeiten. Sie bilden die Eliteeinheit der Neuroi-Verteidigung, die sogenannten Strike Witchers. Mit ihren speziellen Ausrüstung, der Striker Unit, schwingen sie sich in die Lüfte und ziehen in die Schlacht gegen den unbekannten Feind. Eine von ihnen ist die aufgeweckte und leicht tollpatschige Yoshika Miyafuchi, welche schon bald eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Neuroi spielen sollte. Die Action-Echi-Komödie basiert auf Fumikane Shimadas Live Novels Franchise, welches 2006 startete und bis zum heutigen Tag noch nicht beendet wurde. Für die erste TV-Anime-Staffel aus dem Jahr 2008 war Sailor Moon Five und Neon Genesis Evangelion-Ki-Animator Katsuhiro Takemura zuständig, welcher durch Hiroshi Shimoyama als 3D-Regisseur unterstützt wurde. Für die Produktion des Anime war Gonzo verantwortlich. Das Strike Witchers-Universum besteht derzeit aus drei Staffeln und vier Filmen, wobei dies nur das Hauptuniversum ohne seine zahlreichen Spin-Offs abdeckt. Strike Witchers beginnt recht seicht mit einer eher mäßigen Einführung in die Hintergrundgeschichte der Welt. Insbesondere was die Strike Witchers als solches betrifft. Woher kommt die Magie? War die schon immer da? Und warum bekommen die Mädchen tierartige Attribute? Sind das nur Nicomimi oder Menschen oder wie oder was? Und wenn die Magie allgegenwärtig ist, warum kämpfen nur die Mädchen damit? Fragen über Fragen, die der Anime leider nicht beantwortet. Allerdings wird die Prämisse der Welt, worauf die spätere Handlung des Werkes aufbaut, zwar recht einfach, aber passend erklärt. Bezogen auf diese Handlung muss ich allerdings leider meine stellenweise Enttäuschung aussprechen. Insbesondere was die Action-Anteile der Serie angeht. Wir haben innerhalb dieser zwölf Episoden der TV-Serie zahlreiche Kämpfe, welche bezüglich der Kampfszenen allerdings eher langweilig gehalten wurden und deutlich actionreicher hätten sein können. Und auch dürfen. Die generelle Erzählungsweise von Strike Witchers hingegen ist gelungen. Es gibt Hoch- und Tiefs und auch einige Alltagsgeschichten sind vorhanden. Was allerdings wirklich deutlich zu viel wurde mit der Zeit, waren die Pantyshots. Ich glaube, in den zwölf Episoden des Anime habe ich mehr Hüschen gesehen, wie in meinen ganzen Beziehungen nicht. Ideenreich kann man Strike Witchers nun wirklich nicht nennen. Es gab 2008 schon etliche Anime mit Bezug auf Magie, dem 20. Jahrhundert oder dem Krieg. Das war schon damals nichts Neues. Auch süße, junge Mädchen in Tierwesen zu verwandeln oder in Magie zu spendieren, ist nicht sonderlich neu. Und dennoch harmonisieren die einzelnen Genres des Werkes. Nicht zuletzt durch die Kombination dieser. Klar, man könnte die Charaktere nun austauschbar, stereotypisch oder sogar langweilig bezeichnen. Denn wie auch die Idee, sind auch die Charaktere nichts Besonderes. Und dennoch bieten diese Unterhaltung. Nicht zuletzt durch Yoshika, dem Neuling und Tollpatsch der Einheit. Aber Yoshika ist auch viel mehr. Sie ist es, wodurch wir als Zuschauer zu den Alltagssituationen kommen, welche dann meist chaotisch, aber durchaus lustig enden. Aber auch Francesca habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Nicht nur, dass sie der Frechdachs der Gruppe ist und nur zu gern für uns edgy Momente bereithält. Nein, sie ist ne waschechte Katze, schläft und isst nur zu gern und spielt dann Streiche. Mit Mio Sakamoto haben wir auch eine durch- und durchdisziplinierte Soldatin, welche auch durch Verletzungen nicht aufzuhalten ist und einen waschechten Anführer darstellt. Es wären auch noch viele andere Charaktere da, welche als solches nicht sonderlich einzigartig sind, aber dennoch das Erlebnis dieses Werkes positiv beeinflussen. Nicht zuletzt sind es die Kombinationen der Charaktere, welche mich am Ende amüsierten. Übrigens, so unter uns. Yoshika scheint neidisch auf Charlottes Brüste zu sein. Animationstechnisch kann man Strike Witches definitiv nichts nachsagen. Die Charakterdesigns von Fumikane Shimada wurde durch Katsuhio Takemura gekonnt zum Leben erweckt. Und Yoyuki Teros Mechadesign sehen einfach super aus. Dies in Kombination mit den tollen Farbgestaltungen, dem guten Kontrast und der flüssigen Animation, welche sogar in hitzigen Situationen nicht abnahm, verschafft dem Werk eine tolle Atmosphäre. Einziger Kritikpunkt wäre wohl einige recht einfach gehaltene Szenen, welche aber auch nicht wichtig waren und daher nicht so sehr ins Gewicht fallen. Im Gesamtbild konnte Strike Witches bezogen auf die Animation mich persönlich überzeugen. Für die musikalische Untermalung war Sekoi Nagokka, welcher schon unter anderem bei Chaika die Sargprinzessin und Bradley Rhythm Aurora Dream das übernahm, verantwortlich. Sekio schaffte es zusammen mit Yoko Ishidas Opening mit dem Titel Strike Witches, Watashi Ni, Nekiro Koto sowie den insgesamt elf Endings und dem Insatsong Lili Marlene von Rhi Tanaka musikalisch den Anime zu unterstützen. Und das ist top. Gerade das Opening passt super zur Atmosphäre des Werkes. Für die deutsche Umsetzung von Strike Witches war das Studio Eurosync in Berlin zuständig, bei welchem Ulrike Lau und Pierre Pfeiffer das Dialogbuch und Peter Badel die Dialogregie übernahmen. Und was soll ich groß zu dieser Synchros sagen? Außer, dass sie perfekt war und das durchweg. Es kam wirklich nicht vor, dass irgendeine Stimme falsch war. Ich habe mir das Werk ein zweites Mal nun angeschaut, beziehungsweise es auch angehört, weil ich stellenweise einfach die Augen geschlossen habe. Aber ich habe keine Stimme gefunden, die unpassend wäre. Oder Dialoge, welche irgendwie auf irgendeine Art und Weise falsch klangen oder komisch waren. Stimmfarblich wurden die Charaktere von allen Sprechern sehr gut getroffen. Sei es nun eine Julia Bows als Michiko Yamakawa, eine Lea Kalban als Charlotte I. Jäger oder eine Peggy Polo als Francesca Lugini oder eine Saskia Glück als Liette Bishop oder, oder, oder. Die Stimmen passen einfach bei diesem Werk. Aber vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung zu den deutschen Stimmen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Kommen wir zu meinem Fazit zu Strike Witches der ersten Staffel von 2008. Zwar ist die Geschichte von Strike Witches recht seicht und wäre durchaus ausbaufähig gewesen. Doch durch die tolle Kombination der Charaktere und den daraus resultierenden komödienhaften Situationen wurde diese aufgelockert und konnte unterhalten. Man sollte allerdings keine zahlreichen Action geladene Szenen erwarten. Es gibt zwar hier und dort durchaus einige spannende Stellen, doch richtige atemberaubende Kämpfe kommen nicht vor. Mich hat Strike Witches dennoch unterhalten? Nicht zuletzt durch den Charakter Francesca. Das war meine Review zur ersten Staffel von Strike Witches aus dem Jahr 2008. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen ganzen Daumen nach oben. Kommentiert gerne auch zu den deutschen Sprechern der Situation von Strike Witches. Vielleicht kann mir ja einer erklären, wieso die jetzt Tiermädchen werden und so weiter. Würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie auf alle Benachrichtungen ein, damit ihr wirklich benachrichtigt werdet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. 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 Vielen Dank.